Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei den Schreiben von Litsu mit der Muttibeerwande gegen Jack Tarana. Genau. Azuki und LeCrosse Kiwi. LeCrosse Kiwi? LeCrosse Kiwi? Keine Ahnung. Mit den Muttibeeren und natürlich mir, euren Rat und euren Muttibeeren. Zucchini? Zucchini? Zucchini. Azuki. LeCrosse Kiwi. Hört sich Französisch an. Keine Ahnung. LeCrosse Kiwi. Alter ey, im letzten Spiel war auch noch nicht gecheased, ey. Ja, es geht so weiter. Das ist die Map. Die ist für cheese. Ja, die ist absolut cheeseig. Ja, hier, jetzt gibt's Doppel-Push-Adaption. Also Protos bist halt am Anfang echt nicht mehr safe seitdem... Ich vermisse echt den Watership Code ohne Scheiß. Also die Schilde bringen's nicht. Finde ich gegen Boomlinge. Ne. Brauchst du schon wieder durch gegen Boomlinge oder hast du schon überhaupt nicht Boomlinge damit aufgehalten, ne? Ne, wieso die... Als die auf den Stalker gegangen sind. Da sind 5, 6 Boomlinge draufgegangen. Ne, der Stalker hält ja auch viel aus gegen Boomlinge. Der macht... das ist ja gepanzert. Boomlinge machen gegen gepanzert keinen Schaden groß. Wir müssen zusätzliche Kühlen bauen. Wir haben nicht geliehen wieder da hier. So, Terran am Bordigzi. Ja, ja, da kommt keiner. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Das bin ich weg. Jetzt hab ich das Geld vergessen. So, ich nehm noch die Gold vorher und dann... ... nur noch Linge. Mein Aufbauflüsse ist nicht so schön, ne? Ja. Das nächste Mal. So soll ich noch hier... ...Bailing-Nest dazu nehmen? Ja. Ist doch bestimmt noch nicht fertig, oder? Ist schon fertig. Jetzt noch das Bailing-Nest dazu. So, Tür ist offen. Ich sammel noch ein paar Linge. Wir haben nicht geliehen. Ich bin geliehen. Und das mag nicht. Ich bin geliehen. Du sagst, wenn wir wollen. Ja, ich baue. 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 Baut auf jeden Fall ne Fabrik. Oben was angeregen? Ist okay. Ist ja okay. kann ich zur not noch abbrechen aber theoretisch auch hier nicht abbrechen als bieter komme zu dir ja können sie doch dann kommen sie jetzt zu mir und ich hab jetzt habe ich selber spiel ja dann ist auch immer offen dann lass uns kann auch bailing gebaut jetzt dann los Das ist teuer. Guck, ob ich schon noch reinkomme. Komm noch rein. Nee, kommt nicht. Nee, der braucht, äh, Dings. Uh! Ah, danke! Warum deine Bailinge? So, echo! Ich halte die Linken so lange auf, die rauskommen. Okay. Oh, jetzt noch Heliens, die hab ich nichts. Ja, geh doch mal in die Ecke. Na, du bist schon weg, oder was? Ja, ich bin komplett gekillt worden. Ja, jetzt kommen wir jetzt nach. Komm, wir haben gen Schaden gemacht. Nicht viel jedenfalls. Das vorne noch mal kurz aufmachen, ich weiß nicht, wie lange ich das aufhalten kann. Ja, ich komme. Ich nehme mal ordentlich Truppen mit. Jetzt ist es wieder zu, wir haben zu viele Länge. Hast du noch eine Länge? Ach, es kommt gleich was oder welche. Jetzt kommt bei mir noch eine Länge. Vielleicht doch einer auf den Zerg. Kommt ja schlecht rein hier, oder? Ja, kein, kein Panzer hat, komm mal rein. Und es ist auch. So, der Zugi ist raus. Und der andere auch. Sehr schön. Können wir mal gucken, was die so waren. Die waren auch nur die H1, wie wir. Das geht. Ja, das ist auf das gleiche Niveau. Ja. Aber guck mal, weißt du, dass die ein Ekko haben? Ach nee, seid ihr beiden Zerg. Das Zugi hat auch eine Echse gebaut, oder? Hat der so einen Knick drin, in der Abbauressourcen? Weiß ich nicht, was er gemacht hat. Dann hat er vielleicht zur Gold gezogen. Das ist der Gold ziehen. Ah. Siehste? Dann hat er das Gold gezogen, dann geht's höher. Ja, aber, ja gut, klar. Und dieses Stückchen da hat nicht viel gebracht. Er hat mehr Verluste zur Zeit. Also in dem Spiel. Ja, es hätte länger gehen müssen, das Spiel. Dann hätte es das gelohnt. Ja, dann hättest du dafür gelohnt. Und so nicht, nee. Da würde ich sagen, sehen wir uns auf der Endcard. Bis dahin. Genau, bis dahin. Tschö, tschö. Und da sind wir auch schon in der Endcard. Wenn es euch schon aufgefallen ist, guckt mal unten in unserer Beschreibung. Da hat sich einiges geändert. Wir haben ein bisschen was umgestellt. Wenn es euch gefällt, gebt uns dafür gerne einen Daumen nach oben. Dann wie immer könnt ihr kostenlos unten links abonnieren. Oben rechts ein Starcraft Projekt. Unten rechts eines unserer andere Projekte. Bis dahin, schau doch morgen wieder einen. Und tschüss, eure Mutti, mein Mann. i. Tschüss unteren gay heart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017